Komisch, so dann gucken wir mal, hat es denn neue Quests da? Ne halt, Quests sind hier. Nö. 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 Was habe ich denn dann so als Quests? Ah, ein Gange, da habe ich momentan gar keine, das heißt ich kann jetzt ganz andere Quests machen. Okay, dann fangen wir doch mal hier an. Jagd Nadelkäfer, eine Art große Skorpione im Ödland hat sich gefährlich schnell vermehrt und bedroht die Umwelt. Du musst sie schnell für uns dezimieren. Nein, du kriegst keine neue Frisur. Nö. Wann das mit dem Menü? Okay. Diese Option kannst du Kampfeinstellungen ändern. Oh cool. Oh. Oh. Du bist Heiler? Du bist Heiler. Dein Kampfstil. Bei sich angreifen, bei Kampfbeginn angreifen. Kampfbeginn angreifen. Regelmäßig heilen bitte, den Rest mache ich. Wiederbeleben würde ich sehen. Was ist Steuisch? Sein niedlich. Was wohl immer das bringt. Was wohl immer das bringt. So. Wie komme ich jetzt in das Ödland? Das ist die nächste Frage. Huh. Die, 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 die. Ladebalken, Ladebalken. Ach, diese Ladezeiten sind echt nicht von 2018. Was heißt, Sie haben eine Frage aus dem Monatik? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe keine Ahnung, mit Daisy und Maigo. Master? Ich habe ein Problem mit meinem Bewegungsprozess. Ich habe keine Angelegenheit für mich. Ich bin sicher. Es gibt eine andere Angelegenheit für dich. Ich bin nicht von mir entfernt. Die Frau redet ein bisschen langsam. Die Frau redet ein bisschen. 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 Von Korea, Titel. Ich lasse mich selbst da rein. Sehn, hey Sehn, bist du da? Ich bin Skurea. Ich will dich etwas fragen. Ich warte auf dich in deinem Zimmer. Beile dich. Und ich komme schon wieder nicht dazu in den Dungeon reinzugehen. Was? Dann schauen wir mal, was die gute Dame denn gerne möchte. Wenn sie jetzt nicht nackt da liegt, dann bin ich enttäuscht. Oh, ja. Absolut. Genial. Vielen Dank, Master. Und ich habe eine Beziehung, aber ich habe noch eine Beziehung. Ich habe noch eine Beziehung. Ich habe noch keine Beziehung. Was ist das? Was? Mitglied. Was? Ich denke, es ist ein Bereich von dafür, wenn man einen Mikaelgriefer und den Beziehung hat, oder wenn man einen ballpark oder ein Busbee hat. Das ist vielleicht. Reste starten, Aphosis Teile. Besegen den Gebietsboss. Muss ich hier hingucken? Kann ich da jetzt so eine Mannschaft mitnehmen? Oder? Oh, bitte nicht so viel gerede. Ah. Da bin ich meine, Leute. Beine greifen die Spieler an, die am meisten Hass angesammelt haben. Ah, ah, bleib, bleib, bleib. Der Grüß, möchtest du Informationen austauschen? Was ist, wenn du nützlich informieren? Nein. Oh. So. Nein, ach man. So, ich will jetzt mal versuchen, ob ich ihn teleporte kann und einfach in irgendeinen Dungeon reinfliegen kann. Ich will jetzt eigentlich mal ein bisschen Action. Ich hab mir ein Spiel zum Spielen und nicht nur um Gerede anzuhören. Man. Ups, Achtung, gleich wieder da. Jetzt mal wieder aus irgendeinem Grund diese Elgato zerschossen. Ich weiß es nicht, wieso das immer wieder passiert. Irgendwas stimmt mit der Verbindung nicht ganz. So, bei mir ist das Bild schon wieder da. In OBS, also im Stream müsste es auch gleich wieder da sein. So, irgendein Grund zerschießt es immer kurzzeitig das OBS-Bild, also von der Elgato. Reliktöten ist, gucken wir doch mal, ob wir da hin müssen, um die Quest von gerade eben zu machen. Katzen machen, Geräusche. Ladezeiten, du Hölle. Man verdient Erfahrungspunkte, ich bin Siege über Gegner. Wenn du genug davon gesammelt hast und zur SPC Glocken zurückkehrst, kannst du dein Level erhöhen. Dies erhöht deine LP und gewährt die Anpassungspunkte, die zur Erhöhung eines der sechs Werte benutzt werden. Wenn du deine Karte im Hauptmenü öffnest, kannst du schnell zu den verschiedenen Orten im GGO reisen. Wähle auf die Karte einen Ort in der Zielortliste aus. Mehrreisen kann nicht während des Kampfes genutzt werden. Du kannst auch Options drücken, um die Karte zu öffnen. Wenn du dich Orten in die Dungeons näherst, werden sie deiner Zielortliste hinzugefügt. Du kannst also immer erst zur SPC Glocken zurückkehren und dich vorbereiten, bevor du dich in deinen Dungeon wachst. other paar Mal haben. Okay, ich bin erinnützbar. Ich bin erinnützbar. Ich bin erinnützbar. Oh, wir sind offiziell Freunde. Okay, die lesen wir aber nicht jetzt, die ganzen Dinger. So. So. Das war's für heute. Boah, das ist großer. Oh. Oh, da ist nochmal ein Gegner. Oh, da sind sie. So, Westen haben wir abgeschossen. So, wo ist der Gebietsboss? Oh, no, wo war. Ah. Woohoo. Das war's für heute. Ich glaube, so ein PC ist schon ein bisschen besser zu spielen. Ja, endlich geht's ab in den Dungeon. Bäm, bäm. Darauf hab ich gewartet. Hm. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das stimmt ja. Oh nicht. Das war's für heute. 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 Hä? Bleiben die jetzt da unten? Ja gut, dann habt ihr alle echt Pech gehabt. Das war's für heute. Ja gut. Das war's für heute. 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 Und dann müssen wir jetzt in einen anderen weg gehen. Hm. Oh. Yay. Küsse. Loot. Und stopp. So. 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 Whoa. So. 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 Oh. Is this all in right now? Yes. I will also do that on the x2. Rah. Hop. Hm. Ich hab gar nicht kurz gedacht. Äh, wo ist hier der Puls? Ach da. Auf gehts. Da-da-da-da-da. Das ist es. Ooooooooh! Ooooooh! In den Arsch! Oha! Dem Arsch! Sein Arsch! Ooooooh! I'm done! Oh shit! Damn! I'm done! 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 Thank you! I'm done! I'm done! What are you doing? I'm done! 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 It's worse! There's your enemies! Iem! Look! ja ja spc reißen die freunde 61 ok cool instant of level 6 läuft 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 also das level scheint aber ganz gut zu laufen so hoffe das ganze hat jetzt mal gespeichert ja wir sehen uns dann wieder bei der nächsten folge bis dann wünsche euch viel spaß und haut rein und danke an alle die im stream zu geschaut haben war wie immer schön mit euch schausen